So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Das ist Pupsi und wir sind bei der Top-Raid Tour mit Regidrago. Ich muss hier aber erstmal die Karre aufschließen. Da war nämlich heute schon ein Stream gemacht um 11 Uhr mit Dixon mit dem Rest und ihr wart auch dabei. Und ich habe ja gesagt 14 Uhr ist nur noch einer, den wollen wir mit Video machen und da fahren wir jetzt hin. So, wir sind jetzt hier angekommen an der Arena. In sechs Minuten geht der Raid auf. Der Top-Raid oder auch Elite-Raid gesagt. Und Climbing Fun heißt die Arena. Das ist eigentlich hier ein Kindergarten. Wenn man sich das mal so betrachtet, hier ist ja ein Tor. Ist ja heute eh zu. Da habt ihr hier so ein Kindergarten-Gebäude. Da ist so Spiel-Dings. Da ist so anderes Zeugs. Da ist Müll. Filmt Müll. Und dort läuft gerade ein Hund lang. Weil dahinten ist so ein Klettergerüst. Und das Klettergerüst an sich ist eigentlich die Arena. Jetzt könnte man hier sich da auf diesen Weg stellen. Der Kindergarten ist direkt neben dem Maßregelvollzug. Aber der Weg ist so eng. Da kommt immer keiner mehr durch. Und deswegen parke ich immer direkt hier in der Einfahrt vor dem Tor direkt beim Kindergarten. Jetzt möchte ich mal kurz was zeigen, was ich auch sehr interessant finde. Ich stelle euch mal kurz hier auf das Auto drauf. So. Und zwar hier seht ihr also die Arena. Die ist rot. Und heute gab es so einen Bonus. Wenn man einen Raid gemacht hat, nach dem ersten Top-Raid, den man heute gemacht hat, egal ob 11 Uhr, 14 Uhr oder 17 Uhr, wenn man einen Top-Raid gemacht hat, hat man so eine befristete Forschung bekommen. Top-Raid befristete Forschung endet in 10 Stunden 4 Minuten. Und die heißt einfach nur, schließe eine neue Freundschaft. Dafür gibt es 10.000 Erfahrungspunkte und Bonbons für Rigi-Rock, Rigi-Eis und Rigi-Stil. Wenn ihr keine Freunde habt und nicht irgendwelche Fremden im Internet irgendwo sonst was suchen wollt, könntet ihr das auch gut mit einem Zweit-Account machen. Oder halt mit euren Freunden, die ihr schon habt. Ich habe jetzt zum Beispiel den Samyang-Buldak-Account, meinen kleinen Account, einfach gelöscht. Habe mich neu geeditet mit dem. Und wenn ich jetzt meinen eigenen Account hier wieder annehme, zählt der nicht für die Forschung. Das ist wieder mal ein Vorfühleffekt. Richtig genial. Jetzt steht es doch wieder dort. Also, habe ich wieder recht gehabt. Da bringt mich auch nichts aus der Ruhe. Es muss kein neuer Freund sein, komplett neu, einen, den ihr noch nie hattet. Es kann auch einer sein, den ihr habt, den ihr kurz löscht und wieder hinzufügt. Ihr müsst eigentlich nur eine Freundschaftsanfrage annehmen. So würde das richtig heißen. Nehmen eine Freundschaftsanfrage an, nicht schließe eine neue Freundschaft. Das führt zur Verwirrung. Jetzt können wir hier immer die 10.000 abholen. Holen auch die Bonbons ab für Rigi-Rock, Rigi-Eis, Rigi-Stil. Dann wollen wir jetzt gleich den Raid machen. Mal gucken, wer da dabei ist. Mal gucken, ob es ein gutes ist oder nicht. Und dann zeigen wir euch die Ausbeute von heute. Plus ein Glücks-Rigi-Drago und ein kleines Fazit, wie mir der Tag heute so gefallen hat. So, da hinten bimmelt es gerade. Wahrscheinlich, weil es jetzt um 14 Uhr ist. Ihr seht, 0 Sekunden drauf. Der Raid geht also jetzt auf. Wir werden direkt auch in die Lobby gehen. Ich habe ja gesagt, 14 Uhr ist direkt Start. Da ist Rigi-Drago. Das ist der vierte, nee, fünfte, den ich heute mache. Ich bin der Erste und Einzige, der gerade drin ist. Wir wollen kurz was zu den Kontern sagen. Rigi-Drago ist ein Drache. Vom Typ Drache. Das heißt, Drachen haben eine Drachenschwäche. Ihr könntet also mit Drachen angreifen. Rigi-Drago ist es gleichzeitig aber auch. Warum nur eins? Warum nur eins? Alles gut bei dir? Geht wieder nichts. Jetzt ist Blood and Tears drin. Dann probiere es einfach mal ein bisschen. Vielleicht sind es genügend für eine zweite. Hier sind es auch noch mal 70 Sekunden übrig. Das Ganze hatten wir heute im Livestream schon mal, als der Raid da war und war auf. Und die Leute wollten in die Lobby bei. Wir sind hier zu zweit vor Ort mit vier Accounts. Und gefühlt geht nichts. Es geht nichts. Das Spiel hängt sich auf. Plötzlich geht nichts. Dann kommen Anzeigefehler, sonst was hin und her. Die Leute kommen nicht in die Lobby, kommen nicht in die Arena. Dann musst du Spiel neu starten. Beim Spiel neu starten hängt sich das so auf, dass es gar nicht mehr leh. Das haben wir heute schon mal gehabt. Direkt Punkt 11, als wir anfangen wollten, einen Raid zu machen. Jetzt ist das gefühlt genauso wieder. Nur, dass man jetzt nichts großartig dazu sagen kann. Pupsi kommt mit ihren gerade nicht wirklich rein. Wir sind auch jetzt gerade nur zu viert hier. Es sind noch 30 Sekunden. Weiß ich jetzt nicht. Ob wir das so versuchen und sie mit ihren dann nochmal. Also wir würden es ja schaffen. Jetzt sind noch zwei dazugekommen. 1, 2, 3 geht es jetzt drin. Schnutzel, Puh. Also eins würde noch funktionieren. Es ist auf jeden Fall. Was wollte ich denn sagen? Das Ding ist Typ Drache. Das heißt, Drachen sind sehr effektiv. Feen sind sehr effektiv. Deswegen habe ich hier Mega Gattowar dabei. Eis ist sehr effektiv gegen Drache. Deswegen habe ich Mammuthell dabei. Jetzt sind wir 10 Leute. Während wir jetzt kämpfen. Der Kampf wird nicht lange dauern. Möchte ich kurz mal sagen. Dass es natürlich Vor- und Nachteile hat, wie die Aufteilung heute war. Ich war es sonst gewohnt, dass 11 Uhr waren drei Raids verfügbar an drei X-Raid-Arenen. 14 Uhr gab es immer noch zwei Raids an zwei X-Raid-Arenen. Und 17 Uhr gab es noch einen Raid an einer X-Raid-Arenen. Das war bei Hoopa bei den ersten Top-Raids, die es jemals gab. Beim zweiten Mal Hoopa hatten wir 11 Uhr nur einen einzigen Raid. Wir hatten 14 Uhr gleich drei Raids und wir hatten 17 Uhr zwei Raids. Wir haben sechs X-Raid-Arenen, also haben wir immer sechs Top-Raids, die möglich sind. Und immer waren die aufgeteilt auf 11, 14 und 17. Heute war das allererste Mal, dass 11 Uhr gleich fünf Stück an den Arenen waren. 14 Uhr jetzt dieser einzig und alleine da ist. Und vier plus fünf, äh fünf plus eins sind sechs. Das heißt, für 17 Uhr ist keiner mehr übrig. Obwohl 17 Uhr nochmal Raids wären, haben wir keine Arena mehr. Es kann keiner mehr aufgehen. Wir haben also 11 Uhr fünf Stück gehabt, 14 Uhr einen gehabt, 17 Uhr gar nichts. Angeblich ist die Aufteilung bei vielen aber jetzt so, worüber sich viele Leute wundern. Was natürlich cool war, wir konnten im Stream heute mehr machen. Nämlich statt drei Raids gleich vier Raids. Den fünften haben wir leider nicht geschafft, da es ja wieder diese Probleme gab beim in die Lobby reingehen. Ich kann jetzt statt einem Stream gemütlich ein Video machen, dass man das auch mal sieht. Und habe dann Feierabend. Weiß nicht, wie das besser ist. Wenn man jetzt so rumrennt, wollt ihr lieber, dass es 2, 2, 2 sind. Sagt ihr 5, 1, 0, passt mir perfekt. Das Ding hat 16, 65. Wir wollen es mal kurz fangen. Was machen die anderen beiden? Sieht fertig aus, oder was? Warst du jetzt mit allen drin? Okay. Den Eis habe ich gesehen. Und Pupsi ist trotzdem noch mit allen reingekommen. War halt ziemlich knapp, aber egal. Sie hat es noch geschafft. Jetzt wollen wir das Ding mal versuchen zu fangen. Ihr seht, das ist sehr hyperaktiv, sage ich mal dazu. Man muss sehr weit werfen. Sehr weit, sehr hoch, dass man den auch trifft. Einfach fabelhaft ist aber möglich. Wir können ja mal warten. Jetzt greift er an, wenn wir wieder bis oben rausziehen. Und schon habe ich drüber geworfen. Zählt also jetzt nicht. Nehmen wir die Kapuze wieder ab. So sieht es hier besser aus. Drinnen im zweiten Ball. Safe. Ist auch ohne Wetterbrust. Die um 11 Uhr hatten alle Wetterboost. Der hat keinen Wetterboost. Deswegen muss ich den mal bewerten und gucken, wie gut er ist. Er hat jetzt 10, 15, 14. 11, 11, 13, Hildburghausen. Insgesamt, wenn ich hier draufgehe, seht ihr jetzt sechs Stücke sehen, sechs Stücke fangen. Wie gesagt, wir haben heute 11 Uhr eine nicht gemacht, den sechsten. Aber einen habe ich ja dann noch getauscht. Deswegen habe ich sechs trotzdem wieder drauf. Ich kann euch die Ausbeute auch nochmal zeigen. Wir haben es halt nicht geschafft, noch bis zum Schwimmbad. Das war der allererste, den ich gemacht habe heute. Das ist das Kleinste und Leichteste, was ich habe. Bewertung davon auch drei Sterne. 15, 15, 10. Und dann gab es den hinterher, kann man ja auch gleich so drauf lassen. So, mit 11, 14, 13. Dann gab es den hinterher mit 14, 11, 15. Dann habe ich noch einen gemacht, den habe ich aber dann weggetauscht. Den, den ich gemacht habe, den getauschten seht ihr gleich, weil ich am Ende des Streams ja noch ein Ho-O-Raid angenommen habe. Das ist dann der getauschte von Dolepi. Grüße gehen raus an Pierre. Jetzt seht ihr auch, wie gut er ist. Den habe ich in den Community-Tab gepostet. Glückseintrag ist also auch jetzt da. Dortmund 12, 15, 14. Dann habe ich von Borgi noch kurz ein Ho-O gemacht auf dem Weg hierher. Und das ist der jetzt ohne Wetterbrust. Ansonsten ist damit alles gesagt. Sechs Raids wären möglich gewesen. Sechs Rigidrago habe ich jetzt. Vielleicht auch als Tauschmaterial mal für Glücksfreunde. Wenn es Leute gibt, die heute nicht gespielt haben, die den Nischt fangen konnten, keine Leute hatten, ist das trotzdem auch, wenn das Ding vielleicht nur ein Dex-Eintrag ist, interessant, eben zum Tauschen für andere. Wenn die sagen, hast du vielleicht ein Rigidrago? Ja, ich habe ein Rigidrago. Ich kann euch eins abgeben. Aber natürlich nur bei Glücksfreunden am besten. Und wenn halt irgendwie und so. Schreibt einfach mal in die Kommentare, habt ihr heute ein Rigidrago-Raid gemacht? Habt ihr den Pokédex euch geholt? Wie viele habt ihr gemacht? Und wie fandet ihr den Tag? 11 Uhr. Die Tour hat Spaß gemacht. Jetzt kurz ein Video so zu drehen. Ist auch eine coole Sache. Feierabend jetzt zu haben. Warum nicht? Meinetwegen gerne wieder. Im April kommt ja dann Rigidrago. Mal gucken, ob es da genauso abläuft. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses.